Es gibt mal wieder jede Menge News. News, die eigentlich gar nicht so neu sind. News, die aber gerade wieder aufgekocht werden und wo gesagt wird, oh mein Gott, hast du gesehen? Also Leute, es gibt ein paar News aus dem VK, aus dem Facebook Russland sozusagen. Da gab es ein Gespräch mit RF4 und da wurden ein paar Fakten sozusagen oder ein paar Dinge genannt, wo dran gearbeitet wird und was gerade gemacht wird und wo man quasi das Game in Zukunft sieht. Das Ganze wurde tatsächlich auch für uns in Deutschland schon vor einigen Wochen ähnlich gemacht. Da saß der Joe beim Underwater Frank im Video zum Tag des Releases, als das Archipel rauskam und die Server down waren. Und da wurden quasi all diese Punkte besprochen, angesprochen und zumindest auch kommentiert. Und wenn man mal genau hinhört, was da gesagt worden ist, wurden einige Sachen eben auch nicht dementiert, sondern es wurde gesagt, zu gegebenen Zeit, wenn es soweit ist und so weiter und so weiter, dann gibt es da eben News zu. Und wie wir halt wissen, kommen die Dinge im Idealfall halt auch so raus, dass es zockbar ist. Als Beispiel Fliegenfischen. Solange Fliegenfischen sich halt nicht richtig anfühlt wie Fliegenfischen, das heißt, die Schnur ist richtig schön in der Luft und zieht da die Bahnen und Runden, dann ist das halt auch nicht richtig geil. Es gibt Games, Angel-Online-Games, die haben Fliegenfischen drin, aber die haben auch übelste Problematik oder Probleme halt mit der Physik im Game. Und das merkt man. Und ich denke nicht, dass wir im RF4 einen Fliegenfischen haben wollen, was sich nur so halb anfühlt wie Fliegenfischen, sondern es soll sich halt auch richtig geil anfühlen. Ich hatte mal den Text rausgesucht nochmal. Der kursierte auch schon mehrfach im Discord. Und ich habe mir das einfach nochmal angeguckt, habe das hier über Deeple einfach mal in den Übersetzer reingeballert. Übrigens sehr, sehr geile Übersetzungssoftware online. Und da kann man dann einiges auch nochmal umändern und auswählen, wenn man halt mit der Übersetzung vielleicht noch nicht so ganz zufrieden ist. Und wir schauen uns das nochmal ein bisschen im Detail an. Übrigens das, den Talk und das Video, der Underwater fängt, der hat das ja hochgeladen. Ich verlinke das auch nochmal, wenn ihr das ein bisschen abgleichen wollt und nochmal euch anhören wollt. Das Video vom Basti ballere ich einfach unten nochmal rein. Unten unter dieses Video. Könnt euch gerne nochmal den ganzen Talk anhören. Dauert halt ein bisschen länger, aber im Großen und Ganzen werdet ihr halt die meisten Punkte hier auch wiederfinden. Also gucken wir mal eben rein. Und dann gibt es halt hier, also mein Russisch reicht vielleicht gerade noch so ein bisschen fürs Lesen, aber fürs Verstehen und sowas, da wird es ein bisschen schwierig. Wenn wir uns das hier mal angucken, wir haben halt hier die Möglichkeit, verschiedene Wörter eben auch noch ein bisschen abzuändern. Und dann gucken wir hier mal eben kurz rein. Genau, gerade nochmal überprüft, ob man das überhaupt lesen kann bei euch. Ja, ich denke schon, man kann es lesen. Also hier können wir natürlich noch andere Möglichkeiten auswählen. Auf was sich das hier bezieht, ist halt gerade ein bisschen schwierig. Also Aufhebung, Überschreibung, Überlagerung und so weiter und so weiter. Und Ports funktionieren nicht. Können wir auch mit Häfen und Schnittstellen und weiß der Geier was noch übersetzen. Aber inwieweit das hier ein wichtiger Punkt ist, ich sehe da keinen irgendwie interessanten Punkt. Dann kommen wir hier zum zweiten Punkt. Das ist tatsächlich dann nochmal interessant. Zwei gleiche Köder auf einem. Dann ist natürlich auch wieder der Punkt, wie bezeichnen die russischen Angler ihre Montagen und so weiter. Man könnte das jetzt hier, ja, hier wird es mit Sandwich übersetzt. Pausenbrot, Toast, weiß der Geier was, Schleifchen, wahrscheinlich oder Stapel. Wahrscheinlich ist es, ja, eher sowas wie einen Haken oder einen Rig irgendwie, dass man das eben in Kombination halt hat. Das heißt, wir könnten hier auch einfach mal, keine Ahnung, Stapel oder Päckchen drauf machen. Wie auch immer, zwei gleiche Köder als Kombination gelten als separate Köder, die von den Fischen unterschiedlich bevorzugt werden. Heißt also, man könnte vielleicht jetzt einen 16er Bulli, einen 18er Bulli nehmen. Bäm, in dieser Kombination. Die Farbe des Köders in Kombination mit der Farbe des Grundes ist entscheidend für den Biss oder für die Fängigkeit. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das wurde bis dato so noch nicht genannt. Das ist zumindest mal was Neues. Das heißt also, Farben der Boilies oder der Köder mit Farben des Untergrunds. Das ist auf jeden Fall spannend. Das Fliegenfischen ist in der Entwicklung, ist eigentlich auch nichts Neues. Es ist genau das, was eben in dem Video oder in dem Livestream auch schon gesagt worden ist. Fliegenfischen, ja, sie sind dran. Heißt noch lange nicht, zack, es ist in den nächsten Monaten da, sondern sie sind dran. Wenn fertig, dann. Kein neues Gewässer für Karpfenangler in naher Zukunft. Plus, minus, ja, also in naher Zukunft, im nächsten Jahr wohl erstmal kein neues Gewässer für Karpfenangler. Aber ein Gewässer für Dopper, was auch immer jetzt Dopper ist. Und da geht es halt jetzt los. Da gibt es viele Möglichkeiten. Köderfisch, Köderangler, Karpfenangler, ja, fällt ja dann weg. Schwimmer wäre hier eine Möglichkeit. Kunstköder wäre eine mögliche Übersetzung. Bis hin zu, war da nicht sogar Köderfisch? Genau, Köderfisch. Also, Kunstköder oder Köderfischangeln, sowas in der Art, das wäre halt hier das passende Wort. Was es auch ist, vielleicht ist ja einer von euch der russischen Schrift und Sprache mächtig und versteht da den Kontext, gerne zum Punkt Nummer 5, gerne unten drunter schreiben, würde auf jeden Fall helfen. Keine Pläne fürs hochrangige Pool, für hochrangige Pools. Gucken wir da mal eben rein. Also, ich bin da auch nochmal gerade ein bisschen weiter durchgegangen. Der Levelanspruch sozusagen für neue Gewässer wird nicht sprunghaft steigen. Also, das ist, glaube ich, hier des Pudelskern, also die Kernaussage. Das heißt also, noch höhere Level für die Gewässer sozusagen sind auch da gerade nicht in Planung. Das wäre dann hier der Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 7. Auch da sind wir dann wieder an so einer Stelle, wo man sich eigentlich am besten gar keinen Reim drauf macht. Ergibt auch mit den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten nicht wirklich in tieferen Sinn. Wäre auch da natürlich nochmal interessant, wenn das irgendjemand im russischen Boudet irgendwie besser versteht. Ne, da macht das irgendwie gerade für mich keinen Sinn. Eisfischen im Winter ist nicht vorgesehen. Das ist doch mal eine klare Aussage. Das heißt, da müssen wir uns erstmal keine Hoffnung dann drauf machen aufs Eisangeln. Die Salzwasserfischerei befindet sich in aktiver Entwicklung. Es wird aber nicht mehr lange dauern. Wahrscheinlich kann man das dahin schreiben. Genau, also es wird wohl nicht mehr lange dauern. Der erste Vorgeschmack war ja das Archipel mit allem, was man quasi auch im Hochseeangeln quasi schon hat. Nur eben, ja, es fehlen noch ein paar Erweiterungen sozusagen. Vielleicht ein bisschen fettere Sets oder so. Aber im Großen und Ganzen hat man ja quasi schon ja, sowas in der Art im Test. Das läuft ja jetzt gerade schon. Wurde aber auch ähnlich im Livestream beim Underwater Frank schon so gesagt. Fischerteams. Fischerteams werden bereits getestet. Wenn man da auf der Seite ist von R4 sieht man tatsächlich auch da schon so eine kleine Rubrik. Und zwar, wenn ihr dann schaut im Forum gibt es dann da unter oder neben dem Reiter wenn ihr auf dem Forum seid ganz oben gibt es neben dem Reiter Forum dann auch noch diese Rubrik Clubs. Ich denke, dass ja, dass da schon ein bisschen was probiert wird. Hier steht ja auch wird getestet. Also, das wird mit Sicherheit auch nochmal spannend. So Angel-Teams und Clubs absolut geile Idee. Schön, wenn sowas kommt. Im Großen und Ganzen hieß es auch zuletzt von R4 Es soll jetzt weniger an oder daran gearbeitet werden, dass das Game noch ein neues Gewässer bekommt, sondern vielleicht ein bisschen mehr, dass es in die Tiefe geht. Die Komplexität des Gesamten soll halt ausgebaut werden. Ich denke, das ist genau der richtige Weg, dass man eben in Gänze noch mehr Variationsmöglichkeiten beim Angeln bekommt. So, dann habe ich das eben auch mal eben hier noch umgestellt. 32 plus Rollen ohne Winde sind in Planung. Na, Seilzug, Zugkraft ohne Zugkraft. Na, okay. Da müssen wir natürlich nochmal gucken. Aber anscheinend sind hier hochwertigere Rollen noch in Planung. Das macht das Ganze natürlich auch Kupplung. Ah, Antriebschrank ohne Kupplung. Heißt also, keine Konventionalrollen, sondern, ja, Baitcast beziehungsweise stationär. Das ist, ja, das würde am ehesten Sinn machen. Dann kommen wir zum Punkt Nummero 12. Das Angeln mit vier oder mehr Geräten ist nicht vorgesehen. Das war mit Sicherheit auch dann eine Frage aus dem Livestream. Da haben wir dann direkt die Antwort. Also, man bleibt bei drei Angelrouten. Ist, glaube ich, auch soweit komplett okay. An Booten und Motoren der Spieler wird gearbeitet. Das heißt also, das mit den Motoren, das hat man ja schon seit einiger Zeit gesehen, dass da immer mal wieder verschiedene Motoren auch aushangen. An so kleinen Plakaten im Game. Und da hat man ja schon lange rumgemunkelt. Und Boote für Spieler macht ja natürlich auch Sinn. Wäre natürlich eine sehr geile Aktion, wenn das so kommt. Mit Sicherheit nicht verkehrt. Rodpod werden im Spiel erscheinen. Schönes Ding. Wahrscheinlich auch nicht ganz so aufwendig, dass das dann irgendwie integriert wird. Sind wir natürlich gespannt, wann das kommt oder in welcher Kombination. Sowas wird ja höchstwahrscheinlich auch nicht einfach so bei irgendeinem Patch mit reingeballert. Da kommt bestimmt noch ein bisschen was anderes mit dazu. Aber das ist doch schon mal schön. Es gibt keine Pläne für eine dritte Trommel, jetzt genannt. Also eine dritte Halterung auf Booten und keine Möglichkeit ein nicht spinndes Getriebe zu installieren. Also keine Möglichkeit hier eine dritte Route abzustellen und keine Möglichkeit Posenrouten abzustellen und Grundrouten abzustellen. Also ausschließlich Spinning fürs Festhalten quasi auf den Boden fürs Ablegen oder Abstellen. Ja, dann Punkt 16. Da hatte ich ja zuletzt auch noch mal ein Video zugemacht speziell zu dem Anfüttern und den PVA. Was den Köder oder der Köder und das PVA was da reingemischt wird wirkt sich direkt auf die Größe der Fische aus. Vielleicht einfach noch mal in das Video reinschauen. Auch das kann ich gerne noch mal unten drunter verlinken. Quasi die Partikelgröße im PVA ist eben entscheidend was man anlockt. Schaut euch das Video noch mal an. Da sind ich sag mal da sind einige A-Effekte wo man sich dann überlegt okay ich baue ab jetzt meine Futtermische oder mein PVA vielleicht doch noch mal ein bisschen anders. Punkt Nummer 17. Die Farbe des Deckelknackers hat einen starken Einfluss auf den Biss. Okay suchen wir uns ein passendes Wort. Wow okay die die möglichen die möglichen Kombinationen hier die sind ja wild vom vom Liedstrich zum Liedschlag oder weiß der Geier was ähm ich denke mal dass es dass es sich da vielleicht auch um irgendwelche Vorfachgeschichten handelt ähm weil alles andere macht halt absolut keinen Sinn sehr 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 geil sehr sehr wilde Kombination ich versuche das auch vielleicht noch mal ins Englische zu übersetzen und danach noch mal ähm vielleicht ist es da dann ein bisschen einfacher aber das ist schon sehr sehr wild also da sollte es ich denke mal in Richtung Vorfach gehen die Farbe des Vorfachs starken Einfluss auf den Biss äh sollte so weit bekannt sein alles andere ist auch zu weit weg ähm auch da bitte jeder der irgendwie des russischen irgendwie mächtig ist Svjet ich äh krieg's nicht mehr so ganz hin Liedcoder und so weiter Liedcoder Liedcor okay na dann ist es doch gar nicht so schwierig hier Liedcoder heißt es doch hier also es geht ums Liedcor siehste da hat das russische Lernen doch ein wenig noch was gebracht also Liedcor Farbe des Liedcors Liedcors äh ist entscheidend für den Biss okay ist glaube ich soweit bekannt ähm wird auch so in der Regel verwendet die Beleuchtung der Linie also die Beleuchtung der Schnur ist es höchstwahrscheinlich gucken wir noch mal eben rein schlag bla 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 Leitung Stromleitung und so weiter ähm es ist mit Sicherheit die Beleuchtung der Schnur wird gerade korrigiert das heißt wenn ihr gerade nachts mit der Taschenlampe unterwegs seid und ihr schaut Richtung na wie war es jetzt ich glaube Richtung Norden äh gucken und beleuchten ist keine leuchtet die Schnur nicht und wenn ihr Richtung Süden angelt und mit der Taschenlampe auf die Schnur leuchtet dann leuchtet die man kann sie gut sehen und wenn man halt wie gesagt Richtung Norden guckt ähm dann sieht man die Schnur fast gar nicht in der Nacht also da sind es wohl auch dran das ist sehr schön das hilft Punkt Nummer 19 es wird möglich sein ein neues Haus an anderen Standorten zu kaufen ja nice to have ähm was haben wir noch Punkt Nummer 20 da wird es glaube ich wieder wild da haben wir doch noch was Ausrüstungsgegenstände aber das hat gerade hier auch schon sowie oder wie Ausrüstung ei 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 das wird wieder wild also Ausrüstungsgegenstände sowie ja wahrscheinlich auch noch mal irgendwas in Richtung Ausrüstung es war quasi das ähnliches Wort ähm werden höchstwahrscheinlich zusammen mit Fliege also wenn Fliegenfischen reinkommt dann geht es wohl äh auch darum dass man sämtliche anderen Gegenstände äh zum Fliegenfischen ähm dass das dann auch mit rein integriert wird ins Game das heißt es geht dann halt nicht darum dass man nur die Fliegenrouten hat sondern auch weitere Gegenstände ähm gucken wir noch mal was hier im Russischen steht also da hapert es dann doch da ist dann doch irgendwie Ende Sabor ne also da reicht es dann nicht auch da wieder vielleicht äh weiß es einer von euch der dem Russischen mächtig ist aber ich denke das sollte so ähm sollte so hinhauen Punkt Nummer 20 Punkt Nummer 22 es wird eine Ausweitung der Qualifikationen ähm ich glaube da geht es dann in Richtung der Berufszweige genau es wird eine Ausweitung der Berufszweige genau und Aufnahme neuer Zweige oder Berufszweige genau wird es geben das heißt also auch da das ja was nicht zwingend mit dem Angeln direkt zu tun hat aber die der Bereich der Skillpunkte oder der Berufe da wird noch ein bisschen was dran äh gearbeitet da wird es was Neues geben was haben wir hier noch die Bergung von Fischen an Punkten dauert mehr als zwei Stunden die Bergung die Erholung die Wiederherstellung kann man sagen von Fischen an Spots ähm wird mehr als zwei Stunden dauern ja das heißt also über zwei Stunden ähm bis so ein Spot dann wieder ready ist Happy Hour Anzeige ist fast fertig das ist natürlich äh schnell erledigt und damit haben wir auch glaube ich äh ja einmal alles durch ja das war's im Großen und Ganzen wie gesagt nochmal äh für uns und wir haben glaube ich vielleicht sogar noch mehr Infos bekommen von dem Joe äh von RF4 schaut euch das Video an vom Underwater Frank äh wie gesagt der Link ist unten drunter natürlich Daumen da lassen und den Kanal abonnieren bei mir natürlich auch gerne und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch Deine bis jetzt peine bis jetzt bis jetzt den Kanal